Kapitel 19 Verschwindet Zerstreut hasste ich durch die Korridore, die zu meinem Büro führen. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich Draco so ungeniert betatscht habe, und dann hat sich die Luft so aufgeladen wie nach einem von Weezys wildfeuerigen Wunderknallern. Oh nein, das ist ganz schlecht, denke ich, und setze meinen Weg fort, verfalle fast in einen Lauf, weil ich mich nicht beherrschen konnte, als ich auf Dracos Bettkante saß. Was ist nun mit mir los? Schendlich starre ich ihn an, und jetzt kommt noch dazu, dass ich ihn anfasse. Langsam habe ich das Gefühl, dass jemand Eisspäne in mein Essen versteckt und Malfoy der dazugehörige Magnet ist. Er ist ein blonder Scheißkerl, der mein Kollege ist. Ich sollte das alles schleunigst unterbinden, bevor er es die Überhand gewinnt. Immerhin bin ich die Chefin und der angestellte ehemalige Todesser, der mich jahrelang beleidigt und schikaniert hat. Genau. Entschlossen nicke ich mir selbst zu und betrete mein Büro. Dass ich mit Draco noch über die andere Aufgabe des Buches der verbotenen Abteilung reden wollte, ignoriere ich einfach und beschäftige mich stattdessen mit ein paar Unterlagen, die sich in den letzten beiden Tagen auf meinem Schreibtisch gestapelt haben. Ein Antrag für Teleskope da, ein Brief des Ministeriums hier. Ich sehe noch immer kein Ende, was meine Arbeit betrifft, aber ich denke, ich werde der Bibliothekarin Irma einen Besuch abstatten und sie wegen des Zaubers befragen, der die Bücher der verbotenen Abteilung schreien lässt. Am Nachmittag begebe ich mich dafür in den vierten Stock und schlüpfe durch die prunkvolle Holztür. Geradeweg steuere ich Irmas Pult an, das momentan verlassen ist, weil sie im Gang für Wahrsagen ein paar Schüler zusammenfaltet. Verschwindet! Ihr bekommt für eine Woche Hausverbot! Wettet sie ungestüm. Ein wenig verblüfft beobachte ich die Situation und die drei Schüler, die mit verängstigten Gesichtern die Flucht ergreifen. Irma meint es mit ihrem Beschützerinstinkt immer etwas zu gut. Vielleicht sollte ich diesbezüglich ein Wort mit ihr wechseln? Als sie mich sieht, nickt sie geschäftig und wendet sich zum Pult. Anscheinend rechnet sie nicht damit, dass ich wegen ihr gekommen bin. Mrs. Pins! rufe ich, worauf sie stehen blieb und mich fragend ansieht. Ich würde sie gerne etwas fragen. Es betrifft die Bücher der verbotenen Abteilung. Moment, wir gehen in mein Hinterzimmer. Antwortet sie mystisch und geht voran. Ich folge ihr auf dem Schritt und schließlich stehen wir in einem hübschen Büro, das ein großes Fenster mit Blick auf die Wälder offenbart. Welche Frage haben sie? Ich denke, sie werden davon gehört haben, dass vor nicht allzu langer Zeit ein paar Schülerinnen in der verbotenen Abteilung erwischt wurden. Ja, es ist mir ein Rätsel. Eigentlich ist die Tür immer gut verschlossen. Sie schüttelt ihren Kopf fassungslos. Was Draco und mir noch aufgefallen ist, die Bücher haben nicht mal auf sich aufmerksam gemacht. Ich war seit mehreren Stunden in der Bibliothek und habe keinen Mucks gehört. Grübeln streiche ich über mein Kinn. Vielleicht gibt es einen Zauber, der neben einer Erlaubnis den Schutz durch unbefugtes Aufschlagen außer Kraft setzt. Natürlich gibt es den. Es gibt kaum einen Zauber, für den es keinen Gegenzauber gibt. Schnippi steht sie auf und verlässt ihr Büro. Ich halte ihr Verhalten für höchst eigenartig, folge ihr aber dennoch zu ihrem Pult im Lesesaal. Sie öffnet eine der Schubladen und wühlt die Arinnerung, offenbar auf der Suche nach einem Blatt Pergament. Nachdem sie es nach mehrmaligen Blättern nicht finden kann, dreht sie sich schnaubend um, bedeutet mir ihr zu folgen und wir kehren zurück in das Hinterzimmer. Penibel achtet sie darauf, dass die Tür komplett geschlossen ist. Sie fällt mit leiser Stimme fort. Jemand muss es gestohlen haben. Was gestohlen? Die Pergamentrolle mit dem entsprechenden Zauberspruch. Ich bewahre ihn für Notfälle auf, als ich ihn vergesse, was natürlich nie passiert. Jedenfalls müssen mich ein paar Schüler abgelenkt und ihn gestohlen haben. Sie sieht sehr wütend aus, als sie das sagt. Gab es dann in den letzten Wochen auffällige Vorkommnisse? Es gibt immer wieder Schüler, die der Meinung sind, mit ihren vom Putin klebigen Fingern... Nein, nein, ich meine größere. Vor zwei Wochen hat jemand versucht, eines meiner Bücher anzuzünden. Das ist unfassbar. Haben es einfach auf dem Boden in Flammen aufgehen lassen. Natürlich kann es meinen Büchern nichts anhaben, weil sie feuerfest sind, aber... In welcher Abteilung war das? Haben sie die Schuldigen erwischt? Ich unterbreche sie. Jedes Mal fällt sie in Rage über Kleinigkeiten, die ihr überhaupt nicht wichtig sind. Säuerlich verzieht sie den Mund. Es war in der Abteilung der Verzauberkunst. Und nein, Leute nicht. Haben sich direkt aus dem Stab gemacht und mich das Feuer löschen lassen. Wenn ich sie in die Finger bekomme... Aufgebracht schlägt sie mit einer Faust auf den Schreibtisch zu ihrer Rechten. Diese Frau ist eindeutig jätsornig. Vielen Dank, auf jeden Fall. Würden sie die Tür zur verbotenen Abteilung neu sichern und mir ihre Maßnahmen dann mitteilen? Ich muss auch die anderen Lehrkräfte darüber informieren. In Ordnung. Noch eine Sache. Woher könnten die Schüler von der Existenz des Gegenzaubers wissen? Langsam will ich mich wirklich aus ihrer Gegenwart entfernen. Die ist nämlich nicht wirklich angenehm. Andererseits sorgt sie mit 150%iger Wahrscheinlichkeit dafür, dass niemand die Bücher beschädigt. Und das ist sehr lobenswert. In Geschichte Hogwarts gibt es möglicherweise einen Abschnitt darüber, aber nur in einer sehr alten Ausgabe. Der wurde später entfernt. Geschäftigt rückt sie die Brille auf ihre Nase höher. Vielen Dank. Wir nicken uns zu und ich verlasse Irmas Büro so schnell es geht. Auf meinem Weg durch das Schloss denke ich über alles nach. Wahrscheinlich haben sie durch Zufall von dem Gegensauber gelesen. Irma dabei beobachtet, wie sie etwas in ihrem Pult verstaut und dann das Ablenkungsmanöver genutzt, um den Zauberspruch zu entwenden. Mit Glück konnten sie sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschaffen und haben dann mit einem Zauber die Bücher lesen können, ohne Aufsehen zu erregen. Aber was haben sie herausgerissen? Ich muss morgen unbedingt in eine Bibliothek außerhalb dieser Mauern reisen und nach einem zweiten Exemplar suchen. In der British Library, die nebenbei bemerkt, die größte Sammlung verschiedener Werke der Welt hat, gibt es zusätzlich eine Abteilung des Zauberministeriums, die eben fast die Größe der Welt darstellt und sich über die Etagen minus 6 bis minus 20 erstreckt. Weitere Außengebäude, die kleine spezielle teile magische Literatur beinhalten, befinden sich in anderen Standpunkten der British Library. Da die Sammlung jedoch so ein immenses Ausmaß hat, muss sich Draco wohl oder übel um seine Begleitung bitten. Neville könnte sich zwar aufragen, aber seine Art zu recherchieren ist mir aus diversen Gründen nicht gründlich genug. Außerdem ist Draco so involviert, dass ich ihm neue Erkenntnisse nicht verwehren möchte. Beim Abendessen führe ich zunächst über eine halbe Stunde ein Gespräch mit den anwesenden Lehrern, darunter Neville, über den Ausflug in Irland, bei dem Draco, Neville und ich von einer Akromantula geflüchtet sind. Irina ist wie immer mehr als desinteressiert. Hagrid dagegen verpasst Neville vor Lachen einen, so wie es aussieht, schmerzhaften Schlag gegen die Schulter. Die Geschichte mit meinem Ellbogenhieb in Dracos Magen lasse ich sicherheitshalber außen vor. Immerhin will ich nicht von ihm dafür gelüncht werden. Als etwas Ruhe angekehrt ist, beobachte ich die Ravenclaw-Mädchen besonders genau. Leider sitzen sie ziemlich weit von mir entfernt und das macht es nicht gerade einfach. Wen beobachtest du denn da? Trag mich Satima unerwarteter Weise. Harris und Price, die Mädchen, die vor ein paar Nächten in der verbotenen Abteilung waren. Sie haben eines der Bücher beschädigt und Informationen entwendet. Erkläre ich mit gesenkt der Stimme. Ist doch nicht weiterhin schlimm. Sie werden durch das Nachsitzen schon verstehen, dass sie dort nichts zu suchen haben. Ich weiß noch nicht, welche Informationen es waren. Vielleicht waren sie umsetzbar. Mit gehobener Augenbraue mustere ich die Ältere. Frag sie doch, was sie gestohlen haben. Auf diese Bemerkung kann ich nur freudlos auflachen. Tja, meinst du, sie sagen die Wahrheit und geben mir, wonach ich suche? Hm, auch wieder wahr. Hat mich auch zum Laufenden. Damit ist das Gespräch für sie beendet und sie schneidet weiterhin an ihrem Hackbraten herum. Ich widme mich wieder meinem eigenen Essen, das aus einer Kürbispastette besteht. Nachdem ich den letzten Bissen vertilgt habe, lehne ich mich noch kurz zurück, denn mein Glas und Wein ist noch halb voll. Zufrieden lasse ich meinen Blick über die Schüler schweifen, die harmonisch an ihren Tischen sitzen und sich unterhalten. Irgendwann habe ich das Gefühl, beobachtet zu warten und wende mich intuitiv nach rechts und dann in Dracos graue Augen zu sehen. Die unangenehme Begegnung des Vortags spielt mir noch übel mit und ich überlege kurz, ob ich ihn nicht einfach ignorieren soll. Dann macht er allerdings eine rückende Bewegung seinem Kinn zur Tür. Ich nehme an, das heißt Komm, ich muss mit dir reden. Fragen lege ich meinen Kopf schief. Da wiederholt er die Gäse energischer und gestikuliert zusätzlich mit den Händen und Schultern. Verstohlen sehe ich mich um, ob jemand dieses merkwürdige, nonverbale Gespräch verfolgt und nick ihm dann zu. Ich leere mein Glas in einem Zug, stehe auf und mache, als ich ihm passiere, eine Handbewegung. Folge mir. Was er auch tatsächlich tut. Wir verlassen gemeinsam die große Halle. Nachdem die Tür hinter uns ins Schloss fällt, einige wenige Schüler beobachten, das interessiert, macht er einen Vorschlag. Lass uns in deinem Büro reden, ich muss dir was erzählen. Okay, sage ich schulterzuckend und nehme seinen Arm. Wir apparieren direkt vor die Tür, betreten einen runden Raum und setzen unter meinen Schreibtisch. Ich muss dir auch etwas erzählen, füge ich an seine Bemerkung von vor einer Minute an. Dann fang an. Irma sagt, es gibt einen Gegensauber. Sie hat ihn auf einem Blatt Pergament in ihrem Pult aufbewahrt, das ist jedoch verschwunden. Wahrscheinlich wurde sie während eines Ablenkungsmanövres bestohlen. Und sie hat vor, die Abteilung besser abzusichern, damit Schüler nicht nochmal unbefugt eintreten. Ja, also, was das angeht, ähm... Verunsichert verzieht er seinen Mund und runzelt seine Stirn. Resigniert, säufzt sich. Ach, nun sag schon. In Erwartung an eine Erklärung bette ich meine Stirn auf meiner Hand, die ich auf meiner Armlehne abstütze. Ich glaube, ich habe am Wochenende davor nicht richtig abgeschlossen. Deshalb konnten sie so einfach rein. Dass Irma das nicht bemerkt hat, wundert mich allerdings. Okay, fein. Das geht immerhin auf deine Kappe. Haben die Mädchen eigentlich schon einen Termin zum Nachsitzen? Philius hat sie bereits gestern ins Pokalzimmer gescheucht, als ich ihn heute danach gefragt habe. Wenigstens das klappt. Und was wolltest du mir sagen? Abwartend mustere ich ihn. Er hängt genauso entspannt wie beim letzten Mal an dem Stuhl mir gegenüber, hält sich im Gegensatz dazu nur den Bauch. Die Schmerzen scheinen ihn noch immer zu beschäftigen. Ich habe die Schüler Harris, Price, Dunn und Wilson heute im Wald belauschen können. Die Erkenntnisse, die ich aus dem Gespräch ziehen konnte, sind durchaus... spannend. Er lächelt schärmisch und verschränkt seine Hände, die auf seiner Magen gegenruhen. Die wären? Das Akromantula-Gift haben sie erfolgreich besorgt. Dafür wollten die Jungen offenbar ihr Date einlösen. Aber Harris und Price haben noch etwas vor und brauchen jemanden, der für sie aufpasst. Und anscheinend wissen sie davon, dass Dunn und Wilson viel Saftdrank brauen wollten und erpressen sie damit. Wilson meinte, wenn der Plan in die Hose geht, werden sie sie auf jeden Fall verpfeifen. Das sind viele Erkenntnisse. Klasse! Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was sie vorhaben. Ich hatte das ja eigentlich für heute geplant, aber aufgrund der Vorkommnisse wollte ich nun morgen den Ausflug in die British Library machen. Ich will nach einer anderen Ausgabe der Autobiografie von Herpo dem Üblen suchen und ich will, dass du mich begleitest. Erkenntnisse erscheint in seinem Gesicht, als würde er das erste Mal davon hören. Schnell hat er das jedoch überspielt. Willst du nicht lieber Neville mitnehmen? fragt er zweifelnd. Oh ja, den würde ich lieber mitnehmen, aber leider ist er mir nicht ernsthaft genug. Der hat keine Zeit. Jetzt lüge ich auch noch, aber ich will ihm nicht erklären müssen, dass er ein angenehmerer Arbeitspartner ist. Gleichgültig zuckte er seine Achseln. Soll mir recht sein. Wann? Zehn Uhr. Werde ich dafür extra bezahlt? Belustig zuckte er seine Mundwinkel nach oben. Entscheidend ist, dass ich den ganzen Tag mit ihr verbringen muss. Ich finde, das ist schon was wert. Dein Ernst? Das kannst du vergessen! Ich kann mich nicht zurückhalten, werde ein bisschen lauter. Dann beruhige ich mich direkt wieder. Als mir ein weiterer Gedanke kommt. Wenn man bedenkt, dass du dieses Gebäude nie verlässt, wofür willst du dann extra Geld? Jetzt war es an mir, einen Grinsen zu unterdrücken. Für Dates vielleicht? Ach ja. Dates also? Mit wem denn so? Ich steige in seine Lüge ein. Ich weiß einfach, was sie seine ist. Weißt du, sie ist sehr schüchtern und würde es nicht mögen, wenn ich das meiner Chefin erzähle. Überdeutlich mit einer erhobenen Augenbraue nügt er mir zu. Ich erwidere, es schmunzernd. Bei Gelegenheit musst du sie mir vorstellen. Vielleicht mache ich das ja. Wir würden uns bestimmt gut verstehen, frage ich weiter. Vielleicht würdet ihr das. Ja. Steigert er sich hinein. Aber wenn sie doch nichts für dich ist, kannst du ja mich fragen. Warte, was? Halt, stopp, nein! Vielleicht mache ich das ja. Schnatter herausfordernd. Ach ja? Ja. Wirklich? Meine Stimme ist durch diesen abstrusen Wortwechsel einige Oktave höher und ziemlich piepsig. Nächsten Freitag? Provozierend lehnt er sich nach vorn. Falls er davon ausgeht, ich würde ablehnen, hat er sich geschnitten. Okay, 20 Uhr. Du hast mich ab. Draco blinzelt verwirrt. Damit hat er nicht gerechnet. Vielen Dank. Und jetzt sehen wir uns herauskennen. Unsere Wettbewergen. Untertitelung des ZDF, 2020